Der EcoVit ist als robuster und hochwertiger Brennwertkessel die Lösung für den höheren Leistungsbedarf. Er findet im Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus seinen Einsatzort und wird entweder unterm Dach oder im Keller aufgestellt. Der EcoVit steht als Heizgerät in Leistungsbereichen von 22 bis 63 kW zur Verfügung. Als Kaskade geschaltet kann er bis zu 190 kW bereitstellen. Mit seinem großen Wasserinhalt ist er die ideale Lösung für die Modernisierung, da er einfach und kostengünstig in bestehende Anlagen eingebunden werden kann. Durch den Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauscher ist der EcoVit besonders langlebig und unanfällig gegen schwankende Wasserqualitäten. Durch den auch bei diesen Leistungsgrößen hohen Modulationsbereich ist ein gleichmäßiger und leiser Betrieb gewährleistet. Lange Brennerlaufzeiten bedeuten geringen Verschleiß und das bedeutet lange Lebensdauer. Ein weiteres Highlight ist der optisch angepasste nebenstehende Schichtladespeicher. Mit dem ActoStore VIH K300 steht dem EcoVit ein moderner und leistungsfähiger Warmwasserspeicher zur Seite, der bis zu 10 Wohneinheiten versorgen kann. Besonders energieschonend arbeitet er, wenn er mit dem Weiland-Solarsystem AuroTherm kombiniert wird. Je nach Systemanbindung und aktueller Förderprogrammsituation ist auch der EcoVit förderfähig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020